Musik Das Thema der Mensch, ein multidimensionales Wesen, klingt vielleicht vom Thema her fast ein bisschen langweilig, fast ein bisschen harmlos für den Regentreff, aber wir werden sehen, dass es ein sehr brisantes Thema ist. Ich werde das heutige Zeitgeschehen aus einer anderen Perspektive angehen, aus der Sichtweise der Mysterienschulen, des Mysterienwissens, des theistischen Mysterienwissens und vor allem auch, welche Themen, welche Punkte uns helfen können, diesen Bewusstseinssprung in der heutigen Zeit zu vollziehen. Und da ist das, was hier im Titel steht, natürlich ein Schlüsselbegriff, nämlich, dass der Mensch ein multidimensionales Wesen ist. Der Mensch ein multidimensionales Wesen, das ist eine Grunderkenntnis des Urwissens der Menschheit. Und aus diesem Urwissen heraus haben die sehenden Menschen der früheren Zeit, der Alter, in die Zukunft geblickt und haben auch unser Zeitalter vorausgesehen und haben gesehen, was für sie fast unvorstellbar war, dass der Mensch in eine extreme materialistische Verblendung fallen wird. So sehr, dass der Mensch sich am Schluss nicht mehr als multidimensionales Wesen sehen wird, sondern nur noch als materielles Wesen. Nur noch als physisches Wesen mit dem Glauben, wenn der Körper stirbt, ist alles vorbei. In der Extremphase wird der Mensch sogar glauben und dafür gibt es im Sanskrit einen stehenden Begriff, nämlich Dvi Pada Pashu. Dvi heisst Zwei auf Sanskrit, Pada heisst Beine und Pashu heisst Tier, also ein zweibeiniges Tier. Der Mensch wird sich nur noch als zweibeiniges Tier sehen. Und das ist indirekt auch eine Prophezeiung der darwinistischen Theorie. Wo dem Menschen mitgeteilt wird, ihr seid biologisch gesehen einfach Tiere. Genauso wie Tiere sterben und da nichts mehr kommt, sterben auch die Menschen, weil sie auch Tiere sind und da kommt auch nichts. Und alles, was man so denkt mit Multidimensionalität usw., ist alles nur ein Hirngespinst. Das ist heute weit verbreitetes, vorherrschende Doktrin an allen Hochschulen. Das ist aber nicht der Höhepunkt menschlicheren Fortschritts und menschlicher Entwicklung, sondern der Tiefpunkt. Natürlich, der Tiefpunkt ist ein Wendepunkt, glücklicherweise. Und sie schauten auch in die Zukunft und sahen die Qualität oder die Qualität, die Eigenschaft dieses Zeitalters und sie sahen eine ganz bestimmte Eigenschaft, nämlich Spaltung. Ganzheitliches wird gespaltet. In zwei Hälften, in zwei Einseitigkeiten und dann auch in zwei Halbwahrheiten. Und die zwei Halbwahrheiten bekämpfen sich und wir wissen, solange die zwei kämpfen, freut sich der Dritte. Nämlich die diabolische Kraft, die spaltende Kraft. Und so sehen wir, oder sind wir gewarnt, dass alles, was in der heutigen Zeit vorherrschend ist, das, was die großen Schlagzeilen bekommt, sind wir gewarnt, hinzuschauen, ob das vielleicht nicht von der spaltenden Kraft kommt, ob das nicht Halbwahrheiten sind. Wir kennen das aus der Politik. 100% der Bevölkerung ist eigentlich überzeugt, dass die Politiker lügen. Müssen sie ja. Also da sind es Halb- bis Unwahrheiten. In der Wissenschaft, in der Medizin, was uns so groß empfohlen wird, nachgeworfen wird, wir erinnern uns an den Vortrag von Dr. Dahlke heute Morgen, was über die Ernährung uns gesagt wird. Wenn da groß immer verkündet wird, Milch ist so gesund. Da kann man fragen, stimmt das wirklich? Wem nützt diese Aussage? Fleisch ist unbedingt wichtig und so weiter. Das kriegt ja die großen Schlagzeilen auch, seit Jahrzehnten. Und wir sehen ja, wie es der Menschheit geht. Also da dürfen wir hinterfragen, ob das nicht vielleicht Halbwahrheiten sind, Unwahrheiten, auch in der Religion natürlich. Und, naja, damit mache ich mich manchmal ein bisschen unbeliebt, auch in der Esoterik. Und ich werde mich nicht scheuen, heute auch auf brisante Halbwahrheiten aus den Geheimwissenschaften, aus den Geheimlehrern einzugehen, die aus Erleuchtungsphilosophien gehandhabt werden, die aus der Sicht der ganzheitlichen Spiritualität diabolische Halbwahrheiten sind. Diabolisch ist unser Fremdwort im Deutschen, was das nichts anderes bedeutet als spaltend, wörtlich. Meistens wird das teuflisch übersetzt, nicht ganz falsch, aber wörtlich heisst es spaltend. Dia, auseinander, bolisch, was wirft, stellt das, was durcheinander wirft, auseinander stellt, die Menschen in Fronten bildet und schaut, dass eben immer schön zwei miteinander kämpfen, das dialektische Prinzip, damit sich die dritte Kraft freien kann und daran nähren kann. Ich habe hier natürlich das Stichwort des Diabolischen, des Teuflischen erwähnt, da kommen wir auch zum Thema des Schattenprinzips, was wir auch heute gehört haben. Ich werde auch dieses Thema aufgreifen, gerade in diesem brisanten Zusammenhang. Ja, die Menschen schaffen sich mit ihren Gedanken Realität, mit unserem Denken schaffen wir unsere Realität, aber falsches Denken schafft falsche Realitäten, Realitäten, wie wir sie heute sehen in der Welt. Also irgendwas stimmt da mit dem Denken nicht, weil Denken natürlich nicht die höchste Instanz unseres Daseins ist. Gott sei Dank, darf man sagen, reduziert sich unsere Existenz nicht einfach nur auf die mentale Ebene. Ja, so, je nachdem, welches Bussein haben, welches Denken wir haben, sehen wir die gleiche Welt anders. Es gibt die gleiche Welt, aber so viele Meinungen über diese Welt und diese Meinungen sind abhängig vom Weltbild. Da gibt es verschiedene Weltbilder, auch dementsprechend verschiedene Wissenschaften. Heute tut die vorherrschende Seite, die das materialistische Weltbild vertritt, so, wie wenn Wissenschaft nur materialistisch sein dürfte und alles, was nicht materialistisch ist, ist Pseudowissenschaft, sagen sie. Aber es gibt verschiedene Weltbilder, nicht nur das materialistische. Es gibt das materialistische Weltbild, es gibt das dualistische, das monistische, das pantheistische, das panentistische, das theistische und so weiter. Und aus jeder Sicht sieht die Welt anders aus. Und die Frage ist, ist alles subjektiv, haben alle gleich recht oder gibt es so etwas wie Wahrheit. Aus der theistischen Sicht, aus der Sicht der theistischen Mysterienschule und ich vertrete, sagen wir sehr wohl, gibt es eine Wahrheit. Wir sind nicht Willkür ausgeliefert. Ja, so können wir die Welt aus verschiedenen Sichtweisen betrachten, mit verschiedenen Weltbildern. Heute ist das vorherrschende Weltbild das Materialismus, den Materialismus, obwohl es eigentlich schon längst widerlegt ist. Das materialistische Weltbild ist widerlegt, schon längst. Denn materialistisches Weltbild bedeutet der Glaube, dass es nur Materie gibt, dass es nur physikalische Materie gibt und die damit verbundenen Gesetze und dass wir damit alles erklären können. Auch Leben, auch Bewusstsein. Da wird gesagt, Bewusstsein ist nichts anderes als eine Funktion des Gehirns. Wenn das Gehirn stirbt, ist auch das Bewusstsein fertig, genauso wie wenn wir beim Fernsehen den Stecker ziehen, ist auch das Bild fertig. Etwa genauso. Das ist das materialistische Weltbild, die schon längst widerlegt. Und der Materialismus kann nur durch Unehrlichkeit leben, indem es das alles verschweigt, unterdrückt oder einfach verleumdet. Ich möchte hier ein paar Beispiele zeigen, bewusst ausgewählte Beispiele, die sehr markant sind, aber auch das Thema zu einem Punkt bringen, wo ich dann hinaus will. ein Beispiel oder ein Phänomen, das den Materialismus längst widerlegt hat, wird in einem Buch beschrieben, das hier auch am Büchertisch vorliegt, das hat mein Kollege Lück Bürgin geschrieben, das Wunde Mirindaio, der unverletzbare Prophet und seine phänomenalen Kräfte. Ich möchte ganz kurz auf ihn eingehen, Mirindaio, das ist sein Künstlername, eigentlich, er ist der unverletzbare Prophet, man sieht das, er ließ sich öffentlich durchstechen, ohne das Blut floss, ohne dass er starb, ohne dass er Schaden nahm. Das ist kein David Copperfield hier, das ist ein reinkarnierter Yogi mit entsprechenden Kräften. Selber ist er ein Holländer, Mirindaio war sein Künstlername auf Esperanto, eigentlich hieß er Arnold Hendricks, war gelernter Zeichner, hier ist er in der Schweiz, mit Kindern, er kam dann in die Schweiz, nachdem er nach dem zweiten, am Ende des Zweiten Weltkriegs mehr und mehr seine Fähigkeiten der Unverletzbarkeit erkannt hatte, kam er nach Varieté-Auftritten und so in Holland kam er in die Schweiz, wo er eine große Bühne bekam und auch wissenschaftlich untersucht wurde. Er kam in die Schweiz und hat in Zürich große Auftritte im Corsor-Theater, das gibt es heute noch am Bellevue, und wurde gleichzeitig oder wurde im Rahmen seiner Besuche 47, 48, wurde er auch an der Universitätsklinik Klinik in Zürich und auch in Basel unter wissenschaftlicher Begleitung diese Experimente durchgeführt. Hier haben wir Fotos von der Durchstechung in Basel, Basel-Bürgerspital. Hier ist sein Assistent, der hier den Degen voll durch die Eingeweide stösst. Da sind Ärzte dabei, die schauen sich das an. Hier, das ist der Professor Massini, der fällt fast in Ohrmacht und kann es nicht glauben, während der Mirinda ja da ist, in vollem Bewusstsein, man kann mit ihm reden, das war so 30 Minuten, besteckt das drin, als der Professor sich wieder erholt hat, hat er dann die Untersuchung vorgenommen, schlägt das Herz und so weiter und dann wird beschrieben, wie wir ihn gebeten haben, in die Röntgenstation zu kommen, so ist er mit dem Degen durch die Korridore des Bürgerspitals gegangen, zur Schockierung der Krankenschwestern und der Patienten und es wurde gerönt und es war klar, es geht hindurch, das ist kein Trick, was hier ist. Das war seine große Nummer im Corso, das ist hier jetzt auf der Bühne für die Öffentlichkeit. Hier wurde er, das war so seine Glanznummer, hier wurde dreifach durchstochen, hier durchs Herz, links, durch die Leber oder wo immer, einfach da unten durch Bauch, Zwerchfell und so und da durch die Lunge und es war ein 8 Millimeter hohler Degen, den man ihm durchgestossen hat, dreifach, dann hat man vorne den Spitz und hinten den Griff abgeschraubt, einen Schlauch rangetan, hier, Schläuche angehängt, da die Schläuche und dann kommt das Wasser vorne raus. Das ist das Zeichen, eindeutig, das geht durch, das ist kein David Kopperfiltrick, das war die Nummer lebender Brunnen. Und warum hat er das gemacht? Er hat das ganz klar gemacht, nicht zur Sensation, sondern er hat in der ersten Hälfte, auch im Corso, diese Nummern gemacht und dann hat er zu den Leuten gesprochen und er hat damals für 1947 sehr modern gesprochen, er hat dann auch Albert Einstein kontaktiert in Princeton University in den USA und hat sich ihm zur Verfügung gestellt und hat gesagt, eben quasi das hier ist der Quantensprung der neuen Wissenschaft und er schrieb am 27. Dezember 1947 an Albert Einstein unter anderem Er schrieb ihm zuerst, was er gemacht hat und dann sagt er, nach den beschriebenen Demonstrationen hielt ich in grossen Sälen Vorträge und danach auch in privaten Kreisen in Zürich und an vielen anderen Orten in der Schweiz. Bei diesen Anlässen habe ich auch all die Fragen, die Hochkamen beantwortet und dabei Licht auf Themen geworfen, die auch Sie interessieren, Sie, Herr Einstein. Zum Beispiel Relativität, Atomphysik, Dematerialisation, Rematerialisation, Supermaterialisation, Schwingungsgesetze, Schwingungsebenen und so weiter. Er hat 47 diese Wörter verwendet. Dematerialisation, Rematerialisation und Supermaterialisation. Das sind durchaus revolutionäre Konzepte. Und gleichzeitig hat er dazu gesagt, in seinen Vorträgen, Was ich hier deutlich zu machen versuche, sind uralte, aber meist nur im Verborgenen verkündete Erkenntnisse. Ich spreche hier in aller Öffentlichkeit davon, weil ich den Augenblick dazu für gekommen erachte und die Wahrheit meiner Worte durch Taten beweisen kann. Nämlich, dass der Mensch ein multidimensionales Wesen ist. Er hat das erklärt so, dass was hier passiert, ist, eine lokale Anästhesie würde nicht reichen. Man kann zwar hier, ich weiss nicht, wie man das alles schmerzunempfindlich machen könnte, aber es war nicht einfach nur eine lokale Anästhesie, was er machen konnte, sondern es war eine lokale Dematerialisation. Dort, wo das Schwert durchgeht, entmaterialisiert sich die physische Materie seines Körpers und wenn man es wieder rauszieht, rematerialisiert es sich. Und zwar genau richtig und deswegen kam nie ein Tropfen Blut raus. Er hatte aber sein ganzer Rücken, war voll von Narben. Also hier hat er physisch beweist, als westlicher Yogi, würde ich sagen, dass er das konnte. Er ist dann 1948 schon gestorben, das ist wieder eine Geschichte für sich, aber er hat hier sein Leben dafür aufgewendet, den Menschen diesen Hieb und im wahrsten Sinn des Wortes stichfesten Beweis zu geben, dass Materialisation und Rematerialisation Fakt sind. Es muss nicht immer so spektakulär sein wie hier. Eigentlich kennen wir das Phänomen mit der Rematerialisation bei jeder Geistheilung. Wenn jemand, der im Rollstuhl steht, auf einmal aufsteht, dann ist das eine Wunderheilung, ja, aber physisch hat sich was getan. Wenn zum Beispiel hier, bei diesem Mann hier, wir kennen, wer der Heiler ist, Bruno Gröning, wenn hier ein junger Mann 1949 mit zertrümmerten Knien aus dem Krieg auf einmal aufsteht, dann ist neben dem Wunder rein physisch etwas passiert, nämlich das Knie hat sich rematerialisiert, also hat sich wieder so de- und rematerialisiert, dass es auf einmal funktioniert. Das ist bei Gröning zu tausenden von Malen passiert, heute gibt es andere Geistheiler, Daskalos oder Schwadedeus und wie sie alle heissen, die auch diese Fähigkeit haben und das hat physikalisch damit zu tun mit der Rematerialisation. Ja, das ist ein Urwissen der Menschheit, dass es höhere Ebenen gibt, ich habe das hier schnell eingeblendet, weil das ist aus aktuellem Anlass, der Kongress von World Elders, der hat vor drei Wochen in Bad Homburg stattgefunden, wo Vertreter verschiedener Traditionen gegenwärtig waren Humbatsmen von den Mayas, Ghazan, Shigang, Mongolei, ihn kennen wir, Stichwort Wasser, Emota Masaru, das Karin Thak aus Deutschland, die das alles organisiert und initiiert hat, Mohanrei und seine Schwester aus Nepal, das sind die berühmtesten schamanischen Heiler aus Nepal, Swami Issa aus Indien und Gokkowiz Garao von den Inkas. Von ihm habe ich auch dieses Mantra, er hat es da auch zitiert, Wir sind alle miteinander verbunden. In den Urtraditionen weiß man noch, dass es höhere Welten gibt, geistige Welten, astrale Welten, obwohl natürlich diese Kulturen zum großen Teil auch zerstört wurden durch die Zivilisation, selber ihre Wurzeln verloren haben. Deswegen gerade hier ist das ein sehr wichtiges Ereignis, Karin Tag ist selber vor 15 Jahren nach Südamerika gegangen, weil sie selber krank war, sehr krank sogar, und sie spürte innerlich die Guranderos, der anderen können mir helfen, es wurde ihr auch geholfen, und sie hat auch den Auftrag bekommen, hier in Europa etwas zu bewegen, weil, vor allem hier die Inkas, unter einem Ereignis, diese Tradition, die Information auch bekommen haben, ein Quantensprung im Bewusstsein, wir passieren in dieser Welt, wenn der Adler und der Condor zusammenkommen, der Adler steht für Nordamerika, in Lakech, und der Condor für Südamerika, aber hier haben sie die zusätzliche Information bekommen, der Adler und der Condor können nur dann wirklich zusammenkommen, wenn sie Hilfe bekommen, von der anderen Seite des Ozeans, das hat ihnen der Kristallschädel gesagt, und diese Hilfe an der Seite des Ozeans, es war Richtung Osten, Richtung Europa, und so haben sie ihren Kristallschädel nach Europa gegeben, sprich also konkret nach Deutschland, und deswegen hat das auch hier dieser erste Kongress in Deutschland stattgefunden. Das wäre ein Thema für sich, warum hier die Unterstützung aus dem Westen, also aus Europa kommen muss, klar, weil die Traditionen selber auch in ihrer Tradition vertreten, aber auch nicht über ihre Tradition hinauskommen. Deswegen braucht es Aussenstehende auch, die diese Traditionen im tiefsten Herzen respektieren, die Essenz herausholen können, und das in einen grösseren Zusammenhang stellen können. und ich hatte die Ehre dafür wirklich sagen, dass ich hier auch einen Vortrag halten durfte, wo ich auch dieses Thema aufgegriffen habe. Was dieses indigene Wissen, dieses multidimensionale Wissen konkret für den Bewusstseinsschub in der heutigen Zeit bedeutet. Ja, was bedeutet es? Ein ganz wichtiges Thema, Thema Materialisation der Materialisation. Die Ironie des heutigen Zeitalters ist, dass diejenigen, die einen Materialismus vertreten und sagen, wir können alles mit Materie erklären, nicht mal wissen, was Materie ist. Denn je mehr wir die Materie anschauen, sehen wir die Materie ganz schön mysteriös. Quantenphysik, je tiefer wir in die innersten Strukturen der Materie gehen, da kommen wir nicht an einen Punkt an, wo wir auf einmal beim kleinsten Lego-Stein landen, sondern die Materie wandelt sich im kleinsten und auch im grössten. Materie sind das kleine wie das große in dem Mikrokosmos wie in den Makrokosmos unendlich. Also, dass Materie fliessende Übergänge hat. Sie ist unendlich wandelbar, nicht nur im physischen, physikalischen, was wir untersuchen können, nur schon dort merken wir, ist die Materie unendlich. Sie ist auch vertikal unendlich, nämlich sie kann unterschiedlichste Ebenen hervorbringen auf verschiedenen Verdichtungsstufen und so wissen alle Urtraditionen, dass der Kosmos multidimensional ist. Meistens wird von sieben Stufen gesprochen, was auch naheliegend ist, weil wir oben sind, sieben Schöpfungsebenen im Universum, sieben Chakras im Körper. Unser Körper ist ein kleines Universum, aber auch ein Universum, auch eine in sich geschlossene Einheit, in sich geschlossen, natürlich, sie ist verbunden mit allem, aber als Einheit auch mal in sich geschlossen. Und deswegen ist es heute an der Zeit, dass die Geschichte der Menschheit neu geschrieben wird, und zwar von allem Anfang an, mit Betonung auf Anfang. Denn wenn wir am Anfang eine Rechnung, einen Fehler machen, können wir danach noch so genial weiterrechnen und richtig rechnen, der Fehler wird immer grösser, obwohl wir richtig rechnen. Wenn wir am Anfang einen Fehler machen und der Fehler auch hier über die Geschichte der Menschheit ist, was heute gelehrt wird, von beiden Seiten, der einseitigen, religiösen Einseitigkeit, Adam und Eva und so weiter, oder auf der anderen Seite der Evolutionstheorie, der Mensch ist ein evolviertes Tier. Beides sind Einseitigkeiten, Halbwahrheiten, die was von der Realität aufgreifen, aber weil es nur die Hälfte ist, führt es in einseitige Extreme. Das Urwissen, das ist ein Schlüssel, eine Schlüsselerinnerung in der heutigen Zeit. Zu den Prophezeiungen gehört auch, dass der Mensch sich in der heutigen Zeit wieder an seine geistige Herkunft erinnern wird. Und mit einem Satz, wie ist der Mensch auf die Erde gekommen, das meine ich hier nicht physikal, nicht einfach nur mythologisch, sondern ganz konkret auch wissenschaftlich. Der Mensch ist auf die Erde gekommen, außer multidimensionalen Kosmos, denn die höheren Dimensionsebenen des Kosmos sind genauso beseelt und bewohnt wie unsere. Das gibt auch für die Exopolitik nochmal eine ganz neue Dimension, also da gibt es viel zu tun bei diesem großen Thema. Also die höheren Ebenen sind alle beseelt und bewohnt. Bewohnt sind auch entsprechende Wesen mit entsprechenden Schwingungsfrequenzen und der Mensch ist entstanden, indem Lichtwesen der höheren Schöpfungsebenen ihren Lichtkörper verdichtet haben, bis auf die organische Ebene. Nicht einfach nur so null kommen, plötzlich in den indischen Schriften wird das beschrieben, das geschah im ersten Yuga, und das erste Yuga ging 1,8 Millionen Jahre. Verdichtung aus der höheren Lichtebene ist die Äther-Ebene schon grobstofflich. Für uns ist sie unsichtbar, für die meisten Menschen. Natürlich Hellsichtige können es sehen. Und über die Äther-Ebene dann weiter bis in die organische Verdichtung hinein. Deswegen fühlen wir intuitiv, dass es wahr ist, dass auch in unserem heutigen Körper mit all den Beschwerden, die er uns machen kann, im Kern die Information des Lichtkörpers enthalten ist. In der DNA ist Potenzial die Information des Lichtkörpers enthalten. Und das spüren wir, ja, und es stimmt auch, aber woher kommt die Information des Lichtkörpers in unsere Zellen? Ja, natürlich vom Lichtkörper. Vom Lichtkörper, nach dessen Abbild der irdische Körper gebaut, oder ja, gebaut ist falsch, materialisiert wurde. Das ist ein Urwissen, aber ein esoterisches Wissen, das auch in den Mythologien, Mythologien nur bildlich beschrieben ist und wer den Schlüssel nicht hat, erkennt diesen Schlüssel in den Mythologien nicht, deswegen auch viele alte Traditionen, die den Schlüssel selber verloren haben, wissen diese einfachen, aber doch kryptischen Zusammenhänge kennen das in der Form nicht mehr, aber wenn man den Schlüssel hat, sieht man es in allen Traditionen, kann man es finden und erkennen, mit anderen Worten eben, der Mensch ist nicht ein evolviertes Tier, der Mensch ist ein physischer Engel, oder ein materialisiertes Lichtwesen, wir könnten vorstellen, was das für uns bedeutet, Friedenspolitik, wenn wir auf einmal die anderen als Lichtwesen sehen würden, als physische Engel, die alten Menschen, die betagten Menschen, nicht einfach nur als Rentner, sondern ein Lichtwesen, das demnächst wieder die Ebene wechseln wird, oder die Kinder, gerade angekommene Lichtwesen, die würden wir nicht durchimpfen und durch ein Schulsystem schleusen, sondern die würden wir ganz anders ausbilden. Aber das Schulsystem wird sich nicht ändern, solange das verstanden ist, denn wir denken, kleine Tiere, große Tiere, naja, haben wir einen ganz anderen Umgang miteinander und das hier ist ein großer Schlüssel, diese Ur-Erinnerung der Menschheit, die kollektiv mehr und mehr in den Menschen erwachen wird. Hier habe ich ein schönes Bild gefunden in einem Buch über die australischen Aborigines, hier haben wir diese Darstellung, es sieht für mich sehr nach Involution aus, oben das Lichtwesen, das Lichtwesen, sieben Stufen und hier der irdische Mensch. Das sind keine ausserirdischen, das sind keine Sturzhelme hier und keine Raumfahrerhelme, sondern das ist natürlich der Lichtkörper, die Aura. Da muss man aufpassen, dass man nicht materialistisches Verständnis auf esoterisches Wissen projiziert, wie das heute auch passiert. Ein anderes Beispiel, oder später, so kann ich sagen, nachdem die Menschen auf die Erde gekommen sind, also die Lichtwesen auf die Erde gekommen sind und von der Manifestation in die Inkarnation gingen, also in die biologische Fortpflanzung, kam auch das Vergessen unter die Menschheit. Zeitalter für Zeitalter mehr. Das hat auch seine Gründe, warum dieses Vergessen auch wichtig ist, um ganz im Hier und Jetzt ankommen zu können. Aber die Lichtwesen haben ihre materialisierten und mittlerweile auch inkarnierten Brüder und Schwestern nie vergessen und sind ab und zu immer wieder auch unter den Menschen erschienen. während die Menschheit sich fortpflanzt durch den Zyklus der Zeiten, sind immer auch wieder Lichtwesen direkt bei den Menschen erschienen, indem sie sich materialisiert haben. Früher kam das häufiger vor als heute, weil heute natürlich die Atmosphäre viel dichter geworden ist. Auch Lichtwesen brauchen heute zum Teil technische Hilfen, auch zu ihrem eigenen Schutz. Das hier kennen wir, das ist aus der Hopi-Tradition, das sind die Kajinas. Auch das sind nicht Außerirdische, die hier ins Ufo geparkt haben, sondern bei den Kajinas sind das Lichtwesen, die sich in die Materie hinein projizieren, materialisieren, um so zu den Menschen zu sprechen. Einige haben Weisheiten gebracht, wir kennen das von den indianischen Traditionen, weiße Büffelfrau oder Viracocha und so weiter. Und bei den Hopis gibt es sogar die Geschichten, die Hopis waren kein Kriegervolk, sondern ein spirituelles Volk. Die Hopis haben nie mit den Weissen gekämpft. Das weiß man. Die Kriegervölker, das kennen wir von Karl May, Comanchen und Irokesen und Apachen und so weiter, die haben gekämpft, aber die Hopis nicht. Die Hopis waren ein philosophisches Volk, das wie Zeitzeugen waren, Zeitreisende, die immer dabei waren, beobachtet haben und die Erinnerung behalten haben. Und bei ihnen, deswegen ist es auch naheliegend, dass die Lichtwesen dann bei ihnen erschienen sind, da gibt es auch Geschichten, ab und zu, nicht in ihrer Generation, aber ab und zu kam es vor, dass ein Mädchen von der Wasserstelle zurück kam, denn das war der Moment, wo die Mädchen, die jungen Frauen alleine unterwegs waren, sonst waren sie immer im Umfeld des Stammes, sind sie zurückgekommen und hat gesagt, mir ist ein Katschina begegnet und ich bin schwanger. Und da haben die Pharisäer der Hopis nicht etwa gesagt, es gab sie, glaube ich, nicht, sie haben nicht gesagt, du Weib steinigen und so, sondern sie wussten, dass das stimmt. Und so hat diese junge Frau entsprechende Unterstützung bekommen und das Kind hat dann auch diese Qualitäten gehabt. Man kann einem Kind nicht besondere Qualitäten auferzwingen, wenn es sie nicht hat, aber diese Kinder hatten diese Qualitäten. Auch eine andere Darstellung von Katschinas mit den Flügeln, was zeigt, sie kommen aus höheren Dimensionen. Die Inkas sagen es auch, sie haben Federn in ihrer Tracht und sie sagen, wir tragen die Feder aus Erinnerung daran, das Einzige, was bei uns fliegen kann, sind unsere Gedanken. Und in unsere Gedanken sehen wir bereits eine bessere Welt. Wir können sagen, ja, alles Legenden, aber Katschinas erscheinen auch in unserer heutigen Zeit. Nicht mehr so oft, aber sie erscheinen auch. Hier habe ich ein Foto von einem Katschina, nicht von den Hopis, sondern aus Indien. Ihn kennt man vielleicht einige, er ist nicht der berühmteste aus Indien, aber wer sich in der indischen Geistergeschichte auskennt, der modernen Geistergeschichte kennt ihn, das ist Haidekan Babaji. Babaji ist ein Lichtwesen, in dem Fall ein sehr hohes Lichtwesen, ein Aspekt Shivas, der sich immer wieder sporadisch materialisiert. Kommt und wieder geht. 1930 ist er das letzte Mal gegangen, hat gesagt, wann er wieder zurückkommt, wann hat er nicht gesagt, aber hat gesagt, dass er wieder zurückkommt und sogar wo. Nämlich hier in diesem Tal Nordindien, im Tal von Haidekan, da werde ich wieder scheinen. So haben die Menschen dort einen kleinen Tempel gebaut und gewartet. Und es ging 40 Jahre. Und 40 Jahre später ist er wieder erschienen. Nach 40 Jahren war es auf einmal so, haben Kinder, die dort auch lebten, oben in einer bestimmten Höhle, so ein Lichtschimmer gesehen, so quasi, nicht gerade wie ein Stern von Bethlehem, aber ein Lichtschimmer. Sie sind hochgegangen und haben reingeguckt und haben auch die Erwachsenen alarmiert, da sitzt einer in der Höhle. Ist im Begriff, sich zu materialisieren. Er wurde in der Höhle gelassen, bis er sich selber bewegt hat und er kam dann in den Tempel runter und hat dort 45 Tage nichts gegessen und nichts getrunken, dem kann man nicht Fasten sagen, sondern er hat sich an die Physis angepasst, damit er dann überhaupt essen und trinken konnte. Rein juristisch war das ein Problem, da ist auf einmal ein Typ da, der ist nirgendwo angemeldet, hat keine versicherte Nummer, ist aber 20 Jahre also grob, man schätzt nur um die 20 herum, der hat dann Hindi gesprochen, der hat Sanskrit gesprochen und Englisch. Also er muss irgendwann in die Schule gegangen sein, ausgerissen, er wurde vor Gericht gebracht. Bist du ein Betrüger oder bist du der echte Babaji? Und man kann viel Schlechtes über Indien sagen, aber das Gute über Indien kann man sagen, der Prophet im eigenen Land gilt in Indien durchaus etwas. Und so wurde er vor Gericht gezogen und interviewt und verhört und alles und am Schluss war klar, der Mann hat etwas drauf. Und der Landesminister, ich weiss nicht, wie man ihn sagt, von dem Bundesland, wo Heidakarn ist, war auch an Gericht und man wusste, entweder ist er ein sehr perfider Scharlatan oder er ist, was alle sagen. und er wurde dann auch von den Politiken dort aus der Babacianer erkannt, der er ist und der damalige Gouverneur oder eben Ministerpräsidenten von diesem Bundesland wurde sein Schüler, nachdem er ihn auf Herz und Ehre geprüft hat. Natürlich Mordelisten sagen, alles Humbug und so weiter, aber mit Verlaub, es gibt Menschen, die haben was drauf. Und er lebte nur 14 Jahre, hier und dann ist er gestorben, aber hat sehr viel bewegt hier in dieser Welt und genau so würde man sagen, sah ein Katschina aus. Naja, mit Verlaub auch, man kann es den jungen Frauen nachvollziehen, dass sie bei so einem nicht erschrecken. Auch bei Heidekan, x Frauen haben sich in den verliebt, aber er hat keine Kinder. Das war nicht seine Aufgabe hier, obwohl er, um indiskret zu sein, er hätte Kinder zeigen können, er war ein Mann, ein materialisierter Mann. Das Umgekehrte gibt es auch, das ist fast vielleicht sogar noch schwieriger zu glauben, ich zeige ihr, ihn kennt man vielleicht, Professor Hurtag, das ist ein Mystiker und ein Akademiker gleichzeitig, er hat als junger Professor mit 33 eine mystische Erfahrung gehabt, dass er mit den heiligen Namen meditiert hat, hat er eine Erfahrung gehabt, wo es ihm passiert ist, dass er physisch entrückt wurde. Da gab es Zeugen, unter anderem seine Studentin von damals, die Desiree, die wurde dann seine Ehefrau, er war zweieinhalb Tage so weg, physisch weg, hat sich dann wieder rematerialisiert und als er zurückkam, hat er beschrieben, was er erlebt hat und hat unter anderem dieses Buch geschrieben, die Schlüssel des Enoch. Ein hochkomplexes Buch, das die Wissenschaften der Zukunft erhält, Enoch ist durch die Zeitalterin durch eine Schlüsselperson auch heute für spirituelles Wissen, vor allem für heilige Geometrie und heilige Mathematik, das würde jetzt zu weit führen, darauf einzugehen. Da sind alle verschiedenen Wissenschaften der Zukunft drin, Philosophie, Biologie, Quantenphysik, alles ist hier drin, auch Geschichtsforschung, Geschichte der alten Kulturen, alles aber auf eine verschlüsselte Form drin und ich darf attestieren, also ich darf sagen, dass mir Hurtag und auch seine Vertreterin hier in Europa, die Ulrike Grannöcker attestieren, dass mein Buch der radikale Mittelweg der philosophische Extrakt dieses Buches ist. Was würde er noch uns philosophisch sagen wollen? Die theistische Philosophie, was denn sonst, das sagen alle alten Mysterien Schulen. Man kann sagen, das ist eine New Age Geschichte von Professor Hurtag, aber ich kenne ihn seit 15 Jahren, das ist unsere erste Begegnung, vor 15 Jahren, meinem Geburtstag übrigens, da war ich 35, und wir sind uns immer wieder begegnet, ich habe ihn sehr oft über dieses Erlebnis ausgefragt, auch seine Frau und anderen, und an den Früchten kann man es erkennen, dieses Wissen, das in diesem Buch ist und das er mit sich trägt und die Wandlung in seinem Leben, das war nicht einfach Einbildung, sondern das war eine tiefe mystische Erfahrung. Das machen immer nur einzelne Personen, das war auch in früheren Zeitalten so. In der vorsintflutlichen Zeit, im Alten Testament, wird ein Name erwähnt von einem Patriarchen, der auch nicht gestorben ist, sondern von Gott physisch weggenommen wurde, sein Name war Enoch, der Vater von Methusalem, der Großvater von Lamech, der Urgroßvater von Noah. Hier möchte ich einen kurzen Exkurs machen zum Thema, nachdem wir dieses Mysterium Wissen angeschaut haben, wie glaubhaft ist die Evolutionstheorie, denn die wird uns heute so aufgedrängt, immer mit der Schlussfolgerung ihr seid Tiere. Ich habe das schon in anderen Vorträgen ausführlich dargelegt, warum uns das denn so aufgedrängt wird. Um es zusammenzufassen, denn es bestätigt sich immer mehr, der Mensch soll glauben, dass er ein Tier ist, vor allem die junge Generation, denn wenn die junge Generation das glaubt, dann wird sie sich nicht wehren, das zu akzeptieren, was wir schon bei den Tieren längst akzeptieren, nämlich, dass wir gechippt werden. Denn solange wir Zugang zu unseren natürlichen Intuition haben, spüren wir, das geht zu weit, das ist nicht gut. Und ganz altmodische Leute denken sogar noch an die Bibel, so mit dem Zeichen auf der Hand oder auf den Stirn und so. Aber je mehr sich diese Theorie verbreitet, umso mehr wird das andere nicht mehr ernst genommen, lächerlich gemacht. Das ist aber die soziologische Interpretation dieser Theorie. Ich möchte hier auch mal auf den Inhalt gehen, ganz kurz. Es wird gesagt, dass allmählich durch Genveränderung, durch zufällige Genmutationen aus Tieren Menschen wurden, Säugetiere, da fehlt der Mensch noch, der gehört auch dazu, in dieser Darstellung. Es gab eine Zeit, wo es mal keine Säugetiere gab und dann aus Reptilien entstanden Säugetiere. Wie das genau passieren soll, kann niemand erklären, aber man glaubt es. Aber wir schauen jetzt nicht mal diesen großen Sprung an, von Reptilien zu Säugetieren, sondern einfach nur von den ersten, ältesten Säugetieren, die man gefunden hat, zur großen Vielfalt von Säugetieren. Was gibt es? Es gibt Klockentiere, Kängurus, also die Beuteltiere, zählen auch zu den Säugetieren, Schuppentiere, Gürteltiere, Nagetiere, das könnte man noch glauben, dass sich eine Urratte in einen Nager mutiert. Walfisch, das ist schon ganz spannend, Tiger, also die Raubtiere, die Fledermäuser, die Flattertiere, Hasenartige, Affen natürlich, Paarhufer, Unpaarhufer, Elefanten, Seekühe und so weiter. Wir schauen einfach mal, Säugetiere sind ganz besonders, ganz besondere Wesen, gut, ihres Tieres besonders, aber die größten Tiere der Welt sind Säugetiere und die leben im Meer, die hier, natürlich. Wie wird aus einem Ur, kleinen, Ur-Säugetier, Ur-Insektenfresser heisst hier, ein Walfisch, ein Wal. Die offizielle Theorie ist, Wale sind keine Vegetarier, sie müssen also abstammen von einem Landtier, das nicht vegetarisch war, aber sich in einen Wal verwandelt hat im Laufe der Jahrmillionen. Und was tut man? Das ist jetzt wichtig, so sehen wir hier Wissenschaft betrieben, wie das ist Pseudowissenschaft, man hat einen vorgefassten Glauben und so ging man durch den Fossilienkatalog hindurch und hat sich ein Fossil ausgesucht von einem Tier, wo man sagt, das ist unser Walvorfahre. Der Witz ist, dieses Tier hat es gegeben, das nennt man Mesonyx. Das ist ein ausgestorbenes Tier, das gibt es heute nicht mehr, aber jeder würde sagen, das ist der Vorfahre von vom Wolf natürlich, das ist doch logisch, das ist der ausgestorbene Vorfahre des Wolfes. Aber nein, das gibt Schlaumeier, die sagen, das ist der Vorfahre der Walfische. Denn er ist am Wasser entlang gerannt und wenn man so lange im Wasser bleibt, das weiss man vom Abwaschen, gibt es schrumpelige Häute, da sind ihm die Härchen langsam aufgefallen und dann hat er gesagt, wenn ich weniger Haare habe, kann ich tiefer ins Wasser raus, da draussen hat es Fische, dann ging er ein bisschen weiter raus und seine Nachkommen haben dann diejenigen überlebt, die noch weniger Haare hatten und langsam haben sich die Pfoten in Flossen verwandelt man kann sich mal jetzt überlegen, so halb Flosse, halb Tatze, wie sieht dieses Tierchen aus? Dieses Tierchen kann weder schwimmen noch rennen und wird sofort aussterben. Aber das glaubt man heute und aus diesem wolfsgrossen Tierchen sind die Tiere entstanden. Wenn man hier diese Tiere anschaut, die haben so eine unglaubliche Anatomie, das geht jetzt zu weit, das anzuschauen, das ist absolut absurd, zu glauben, dass das zufällig durch Genmutationen von einem so kleinen Tierchen entstanden ist wie so ein grösseres Menschen. 30 Meter lange Tiere mit einer perfekten in sich geschlossenen Anatomie. Denn eben, wie sieht das Zwischending zwischen dem und dem Wolf aus? Völlig lebensunfähig auf jeder Spur, auf jeder Stufe. Schauen wir ein anderes Tier noch an, dann hören wir auf. Der Specht. Das ist ein Vogel natürlich. Es gab mal eine Zeit, wo es keine Vögel gab auf der Erde, das stimmt. Irgendjemand kamen die Vögel hinzu, materialistische Theorie sagt, Reptilien haben sich langsam in Vögel verwandelt, die Schuppen sind irgendwie ein bisschen gewachsen und irgendwann hatten wir Federn. Und das Ding flog. Wir wollen gar nicht das anschauen, das ist noch absurder. Wir schauen einfach mal diesen Vogel an, der ist ganz besonders. Der Specht, das wissen wir, der hämmert. Und dass der keine Hirnerschütterung bekommt und keine Ohrmachtsanfälle, hat er eine ganz bestimmte Anatomie. Nur bei den Spechtartigen, kein anderer Vogel hat das. Zunge eines Spechtes, da heisst es, die Zunge eines Spechtes ist sehr lang und lässt sich ein gutes Stück vor die Schnabelspitze vorstrecken. Sie sitzt in einer Scheide des rechten Nasenlochs. Hier, die Zunge fängt in der Nase an. Kann man sich das vorstellen? Verläuft oberhalb des Schädels und am Hinterkopf entlang und verankert sich in den Zungenbeinknochen des Kiefers. Also wir haben eine Zunge, die in der Nase anfängt, oben rum geht, unten durch und dann erst in den Schnabel kommt. Das kommt aus National Geographic, also das ist jetzt, hier, Hämmern ohne Kopfschmerz. Lange Zunge, ein kleines Gehirn, besondere Nackenmuskeln und noch die Perfektion, eine Membran schützt das Auge vor Holzsplittern. Das hier ist die Membran. Der hat eine eingebaute Schutzbrille. Denn wenn wir jetzt einen ganz bösen Gott sein wollen, wo wir uns etwas mal ganz böse sein können, dann sagen wir, wir schaffen einen Specht mit dieser blöden Zunge da, dass das alles schön funktioniert, aber wir lassen ihn hämmern und dann, wenn er hämmert, hat er ständig die Augen voll Sägespänen und dann können wir Schadenfreude haben, dass dieses Tierchen sich immer die Augen reiben muss. Aber nein, es hat eine Schutzmembran von vorne nach hinten. Also nicht von oben nach unten wie unser Augenlid, sondern von vorne nach hinten und erst noch durchsichtig. Da kannst du durchblicken wie die Schutzbrille, da fliegen die Späne, kein Problem, wenn es fertig ist, einfach einmal zwinkern und dann sind die Augen wieder frei. Die Frage ist, wie soll das evolutionär entstanden? Alle anderen Vögel haben die Zunge so, normal wie wir auch, aus dem Kehlkopf, also aus dem Hals halt hoch, in den Mund hoch oder in den Schnabel hier. Aber hier auf einmal ein Gensprung, Zunge im Nasenansatz und dann langsam wachsen. Wie soll das Tierchen mit einer halben Zunge wachsen, das nur da bis zum Scheitel reicht? Das Tier stirbt. Es ist nur lebensfähig so. Bitte? Ja, ein 90% Specht ist 100% lebensunfähig. nur ein 100% Specht kann leben und das können wir auf jedes Tier, auf jede Pflanze anwenden, natürlich auch auf uns Menschen. So offensichtlich eigentlich, aber die Verblendung in der heutigen Zeit ist so, der Mensch glaubt, was er sieht und sieht vor allem, was er glaubt. Und wenn man an eine Evolutionstheorie glaubt, sieht man hier, ja, irgendwie durch Evolution ist es gelaufen. Aber hier sehen wir die Absurdität und es braucht sehr viel Glaube. Und hier möchte ich ein bisschen philosophisch innehalten, was passiert das? Jetzt haben wir den Menschen gesehen, ich habe auch bewusste Tiere mit reingenommen. Die Tiere sind nämlich auch aus den höheren Ebenen entstanden durch entsprechende Schöpferwesen, die ein perfektes Tier schaffen, das perfekt angepasst ist und auch weiterhin anpassungsfähig ist, denn die Intelligenz bleibt ja da. Wie kommt das? Ich habe am Anfang schon angedeutet, eben, dass die Materie unendlich ist. Materie ist unendlich wandelbare Energie. Also Materie, in der Materie sehen wir die Unendlichkeit und wir denken, wow, mehr als unendlich kann es nicht sein, oder? Aber aus mystischer Erkenntnis erkennen wir Unendlichkeit in der Materie bedeutet ja Raum und Zeit. Unendlich Raum, unendliche Zeit. Aber es ist Raum und Zeit. Einfach unendlich. Aber es sind die Parameter von Raum und Zeit. Aber es gibt auch eine Realität, die raumlos und zeitlos ist. Und dem sagen wir nicht unendlich, dem sagen wir ewig. Es gibt Unendlichkeit und Ewigkeit. Im Sanskrit haben wir ganz bestimmte Begriffe dafür. Dort ist das differenziert. Und in unserer Sprache ja übrigens auch. Und es reimt sich alles. Ewigkeit, Zeit. Das reimt sich. Und das ist sehr wichtig. Das bedeutet, wir, wenn wir nur ein materielles Denken haben, wenn wir uns eine Realität vorstellen, die raumlos und zeitlos ist, denken wir, huch, das ist abstrakt, das ist ein Vakuum, da ist nichts los. Weil wir nur in Raum und Zeit denken können. Aber aus spiritueller Erfahrung können wir natürlich erleben, dass Ewigkeit nicht leer ist, sondern Ewigkeit ist Bewusstsein. Und wir sind Teil der Ewigkeit. Wir können auch Gott sagen. Teile Gottes. Und Gott ist das Absolute, ist nicht einfach nur abstrakte Einheit, nicht einfach nur neutrale Energie, sondern ist Bewusstsein. Und hier haben wir den tiefen Unterschied zwischen atheistischer Esoterik und theistischer Esoterik. Ich vertrete die theistische offensichtlich. Atheistische Esoterik ist heute weit verbreitet und gehört zu den Halbwahrheiten, zu den diabolischen Halbwahrheiten. Die Unendlichkeit, sprich Materie, ist definiert durch Polarität. Wir haben das gehört, das Polaritätsgesetz. Das wird dargestellt, Polarität und es gibt die Dualität und die müssen wir auseinanderhalten, sonst gibt es Verwirrung und große Halbwahrheiten. Polarität, Dualität und Polarität, beides ist Zweiheit. Die Dualität, die Polarität ist die Zweiheit von sich gegenseitig ergänzenden Gegensätzen, Polen. Nordpol, Südpol, männlich, weiblich, Tag, Nacht, Sonne, Mond, Einatmen, Ausatmen, Ausatmen, Rechte Hand, Linke Hand, Polare Schöpfung. Und das wird dargestellt durch das Ying und Yang oder durch das gleichständige Kreuz. Das Ying und Yang präsentiert die Polarität. Die Polarität der sich gegenseitig ergänzenden Zweiheit. und hier müssen wir aufpassen, Polarität, das kennen wir, Nordpol, Südpol, oder? Bei jeder Kugel gibt es Nordpol und Südpol. Nordpol ist gut, Südpol ist böse. Einatmen ist gut, Ausatmen ist böse. Männlich ist gut, weiblich ist böse. Wir haben es heute Morgen gehört, es gab Religionen, die das glaubten. Aber wir spüren schon, das ist doch absurd, der Nordpol ist doch nicht gut und der Südpol ist doch nicht böse, ist doch wertneutral. Natürlich. Weil wir hier das nicht vermischen dürfen. Polarität bedeutet gegenseitig sich gegenseitig ergänzend. Und praktisch bedeutet das Gleichgewicht. Deswegen sagen die indigenen Völker heute, die Zivilisation, die heutige Menschheit ist aus dem Gleichgewicht geraten. Warum? Weil es in die eine oder andere Einseitigkeit gefallen ist. Wenn der Mensch aus dem Gleichgewicht fällt, dann fällt er in die Dualität. Polarität ist Gleichgewicht. Und wenn man in die Dualität fällt, fällt man in die Einseitigkeit. Und das zeigt sich immer, in Schatten, nämlich, und das kommt ganz wichtig psychologisch dazu, dann diese Schatten, die wir in uns haben, in der Dualität, nicht in der Polarität, haben zwei Gesichter. Genauso wie ein gekipptes Gleichgewicht hat immer zwei Gesichter, nämlich das Zu-Wenig und das Zu-Viel. Wenn man irgendwo ins Zu-Viel fällt, hat man woanders ein Zu-Wenig. Zu-Viel Schokolade essen. Man hat irgendwann zu wenig. Ein emotionelles Manko. Und so weiter. Und auch hier muss man aufpassen, Gleichgewicht. Gleichgewicht im existenziellen Sinn. Was brauchen, was gehört zum Gleichgewicht unseres Daseins? Um den Punkt von heute Morgen aufzugreifen, Fleisch essen zum Beispiel gehört nicht dazu. Man kann nicht sagen, der Dalk ist ein Extremer, Extremist, der ist übrigens auch, ich bin auch Vegetarier. Er sagt sich selber, zu viel Fleisch essen ist nicht gut, aber zu wenig auch nicht. Nein, weil das brauchen wir nicht zum Leben. Aber Emotionen brauchen wir zum Leben. Und wenn wir hier nicht in unserer Mitte sind, dann fallen wir in Einseitigkeiten und in Kompensationen und Projektionen und so weiter. Und Schatten anschauen bedeutet nichts anderes, als zu schauen, wo bin ich im Ungleichgewicht und wo verdränge ich, wo kompensiere ich und so weiter. Denn da kommen wir nicht dran vorbei, an unserer eigenen Mitte, an uns selber kommen wir nicht dran vorbei. Wir können zwar probieren, aber eben dann kommen die Krankheiten und die Probleme und die Krisen und so weiter. Dualität bedeutet dann gebrochene Polarität, gebrochenes Gleichgewicht, wo das zu viel und zu wenig kommt. Und dort kommt Gut und Böse hinzu. Täter und Opfer. Übergriffe, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht vermischen, denn dann, und jetzt kommt der brisante Teil des Vortrags, also ich weiß nicht, ob das vorrige schon brisant war, aber hier scheue ich mich nicht, auch Namen zu nennen, ganz konkrete Beispiele zu zeigen, denn wenn wir das falsch verstehen, kommen wir in die Bereiche, die heute sehr einflussreich sind, aber sich in einem Extrem verrennen. Ich spreche vom radikalen Mittelweg, der über diese Spaltung hinausgeht, die Spaltung macht zwei Einseitigkeiten, religiöse Einseitigkeit und weltliche materialistische Einseitigkeit oder atheistische Einseitigkeit. Im religiösen Bereich mit der Einseitigkeit haben wir den Begriff Scheinheilig, die Scheinheiligen, Scheinheiligkeit, das ist weit verbreitet. Das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es etwas Ähnliches, nicht unbedingt die Scheinheiligen, aber die Schein Erleuchteten, Lateinisch Plural Illuminati, die Schein Erleuchteten, denn was ist deren Weltbild? Hier übrigens das große Bild ist Erzengel Metatron, der auch im Schlüssel das eh noch vorkommt, er ist die Intelligenz hinter heiliger Geometrie und heiliger Mathematik und auch hinter heiliger Anatomie. Diese Schein Erleuchtung bedeutet, wenn man Polarität und Dualität nicht auseinander hält, dann sagt man, gut und böse gehört zusammen wie das Einatmen und das Ausatmen. Dann frage ich eben, gut, einatmen gut, ausatmen böse, ist ja Unsinn. Aber dort wird so argumentiert. Ich zitiere in meinem Buch Einheit im Licht der Ganzheit, zitiere ich ganz konkrete Auszüge aus Büchern von bekannten Esoterik-Schriftstellern, die das sagen. Und was bedeutet das dann? Es wird dann gesagt, gut und böse gehören zusammen, sind nicht zu trennen. Wer das Gute tut, fördert indirekt das Böse und wer das Böse tut, fördert indirekt das Gute. Denn ohne Schatten gäbe es kein Licht. Ohne Lüge gäbe es keine Wahrheit. Ohne Teufel gäbe es keine Wahrheit. Und deswegen brauchen wir das. Und aus der theistischen Mysterienschule ist das die Selbstrechtfertigung der diabolischen Kraft. Eine Halbwahrheit. Denn Gut und Böse sind nicht gleichwertig verbunden. Das sind die Mysterien, wo wir genau hinschauen müssen, denn das Gute ist gut, auch im Relativen, weil es in Resonanz mit dem göttlichen Bewusstsein, mit dem göttlichen Willen ist, weil Gott den Willen hat. Dein Wille geschehe, kennen wir doch und das ist eine grundlegende Wahrheit. Das Gute, auch das materiell Gute, ist in Resonanz mit dem göttlichen Willen und das Böse ist die Verneinung des Guten. Das spüren wir. Krieg ist Abwesenheit von Frieden, aber Friede ist nicht einfach Abwesenheit von Krieg. Lüge ist Abwesenheit von Wahrheit, aber Wahrheit ist nicht einfach Abwesenheit von Lüge. Wahrheit existiert aus sich selbst heraus. Braucht keine Lüge. Wahrheit ist Wahrheit. Im Gegenteil, wir sagen ja, es gibt nur eine Wahrheit, aber unendlich viele Lügen. Oder man sagt, wer lügt, braucht ein gutes Gedächtnis. Oder man sagt, es gibt nur eine Gesundheit, aber unendlich viele Krankheiten. Das spüren wir doch, dass Gesundheit in sich selber ein Wert ist, der die Krankheit nicht braucht. Oder Hass ist Abwesenheit von Liebe. Liebe ist nicht einfach Abwesenheit von Hass. Wie beim Heiraten. Wollen Sie diese Frau annehmen? Ja, warum nicht? Es gibt andere, die geben mir noch viel mehr auf die Nerven. Also, ja, ja, warum nicht? Abwesenheit von Hass. Ja, aber dem sagt man nicht Liebe. Wir spüren, Liebe ist aus sich selbst heraus, einer Realität und Hass oder das Böse ist dann nur die Verneinung davon. So, das ist sehr wichtig zu verstehen und der Unterschied ist hier nichts geringeres, als wie wir das Absolute verstehen. Wenn das Absolute nur eine abstrakte Einheit ist, dann gibt es keinen göttlichen Willen, kein göttliches Bewusstsein, sondern nur mechanische Gesetze und wenn alles nur Gesetzmäßigkeit ist, dann bedeutet es, was immer dir zustößt, hast du dir selber in dein Leben gerufen. Resonanzgesetz, ja, aber Resonanzgesetz existiert mit anderen kosmischen Gesetzen und wird bestimmt vom freien Willen, was das höchste Gesetz ist. Und das ist Illuminatenphilosophie. Sie sagen, was immer den Menschen zustößt, haben die sich selber in ihr Leben gerufen. Also wenn wir hier einen Krieg anfangen oder ein World Trade Center sprengen oder eine Krankheit aussetzen, dann erwischt sie ja nur diejenigen, deren Karma es ist, dass sie erwischt werden, denn wäre es nicht ihr Karma, würden sie ja nicht erwischt, aber die Tatsache, dass sie erwischt, bedeutet, es ist ihr Karma und so wir sind unschuldig. Das ist hohe Stufe von Erleuchtung. Wir lachen darüber, aber so wird es gedacht und die gehen bis ins Extrem, dass sie sagen, wir können sogar 90% der Menschheit umbringen, sprich heute 6 Milliarden und mehr und sind frei vom Karma, weil es ja nur die erwischt, deren Karma es ist. Hier mache ich einen Sprung, nicht erschrecken, ein bisschen brutal jetzt hier, dieser Sprung, aber ich warne euch ja, keine bösen Bilder, ich bringe keine negativen Bilder, aber das hier ist sehr deutlich. Das ist ein Ausdruck diese Scheinerleuchtung. Ich habe das schon mal gezeigt, aber das müsste jeder Mensch auf dieser Welt kennen, dass es das gibt und das ist nicht einfach nur ein Witz, das ist ernst gemeint. Das steht in den USA, im Bundesstaat Georgia. Georgia, ja, und die nennen sich selber, da hinten liegt eine Platte im Boden, da wird selber anonym gesagt, das wurde anscheinbar anonym errichtet, so bei Nacht und Nebel haben ein paar Leute schnell fünf Meter Granitdinger auf öffentlichem Grund aufgestellt, keiner hat es gesehen, auch die Regierung nicht und es steht nach 40 Jahren immer noch, 1980, also 32 Jahre. Und da drauf steht eben Georgia Guide Stones, die nennen sich selber so, Guide Stones, so Wegweisersteine. Guide, Führen, Stones, Steine, also so Führersteine, einfach, ja, Steine mit Richtlinien. Da sind nämlich zehn Gebote drauf, vier Steine, vier Steine, gibt acht Schreibtafeln, Schreibflächen und auf allen steht das gleiche drauf, aber in einer anderen Sprache. Hier sehen wir es, es ist nach der Sonne ausgerichtet, ganz klar hier da und da steht eben Russisch und Chinesisch und Arabisch und Hebräisch und Hindi und Swahili, Spanisch und Englisch. Ja, von uns wird erwartet, dass wir Englisch können. Und da oben sind noch auf Babylonisch, klassisch Griechisch, ägyptische Hieroglyphen und Babylonisch kurze, eine kurze Affirmation beschrieben, nämlich mögen diese Richtlinien uns in ein Zeitalter der Vernunft führen. Age of Reason. Ein typischer, also hier sprechen ganz vernünftige Leute. Und da steht drauf, Satz 1 heisst, haltet die Menschheit konstant unter 500 Millionen. Das ist eine halbe Milliarde. Und heute sind wir ein bisschen mehr. Wir können die Differenz ausrechnen, was die denken. Und da könnte man, da gibt es auch schön humanistische Sprüche dabei, da wird auch von Liebe und Umweltschutz und so gesprochen. Und der zehnte Satz geht auch um Umweltschutz, da steht, mach Platz für die Natur, nein, Entschuldigung, sei kein Krebsgeschwür, mach Platz für die Natur, mach Platz für die Natur. Zweimal, mach Platz für die Natur, sei kein Krebsgeschwür. Jetzt können wir 1 und 10 zusammennehmen, das sehen wir, sie sagen, wer immer in der Reduktion, wenn es erwischt, ist er nur ein Krebsgeschwür. Also das ist, was sie von uns halten, Krebsgeschwür. Das ist ein ziemlich brutaler Schimpfwort, oder? Wenn du jemandem sagst, verschwind, du Geschwür, das ist brutal, oder? Oder? Aber das meinen die hier in 8 Sprachen. Und wie können sie das sagen? Eben, das ist diese Scheinwahrheit, Scheinerleuchtung, wo man denkt, Gut und Böse ist gleichwertig, weil letztlich ist alles eins, letztlich ist alles abstrakt und Gut und Böse ist nur subjektiv. Natürlich, für diejenigen, die es erwischt, ist es böse, aber für die Natur ist es gut, wenn da mal 6 Milliarden Fresser weg sind. So, hier sehen wir, es ist eine andere Mentalität. Vor kurzem wurden die angesprüht, You will not succeed. Ihr werdet keinen Erfolg haben. Jesus wird euch Satanisten schlagen. Da ist ein christlicher Fundamentalist dahergekommen, hat er darauf gespürt, Council on Foreign Relations is run by the devil. Der Council on Foreign Relations ist vom Teufel geführt. Und da hat er sich ein bisschen ausgetobt hier. und auf dieser Tafel, wo das draufsteht, mit den Georgia Guidestones, da steht auch noch anderes drauf, steht Death to the New World Order, to the new world order. Naja, und hier, no one will go, wenn keine Einweltregierung, also der versteht, worum es geht, aber seine Alternative ist nicht besser, denn er kommt auch vom anderen Extrem, vom religiösen Extrem. Und solange die zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und hier drauf, es ist alles anonym, aber man muss nicht ein großer Eingeweihter sein, um zu verstehen, wer das errichtet hat. Wenn das irgendwelche unautorisierten Leute errichtet hätten, wäre das sofort wieder entfernt worden. Selbst wenn es anonym errichtet worden wäre, aber es steht seit über 30 Jahren und es gibt eine kollektive Verschwörung in den Massenmedien, dass niemand darüber berichtet. Ich werde sagen, von wem ich es erfahren habe. Das wird noch erstaunlich sein. Aber da drauf ist ein ganz einfacher Hinweis, nämlich das offizielle Eröffnungsdatum, da gab es nie eine Feier, ist aber der 22. März 1980. Da steht drauf, eingeweiht, eröffnet, 22. März 1980. Und das ist von der Zahlensymbolik her ganz einfach zu durchschauen, weil wir wissen, im Amerikanischen steht der Monat vor dem Jahr. Deswegen sagen wir 9-11. 9-11 für 11.9. Logisch. Und deswegen steht hier März 22, March 22. Das ist 3-2-2. 3-3-22 und 3-22 kennen wir, woher die Zahl kommt. Das ist die Zahl, die typisch ist bei Scal and Bones. Sie gehört dazu. Man rätselt, warum 3-22. Da gibt es verschiedene Theorien, aber es ist nicht relevant. Es ist ihre Zahl und genau diese Zahl steht bei den Georgia Guidestones. Und da gehört der Bush Senior und der Bush Junior dazu, Obama nicht, aber seine Hinterleute und so weiter. Amerikas geheime Macht der Lithuania. Und wenn die so ein Monument aufstellen, dann bleibt stehen und dann schweigt Geo, dann schweigt National Geographic, dann schweigt Herald Tribune, dann schweigt jede Zeitung. Im Internet finden wir es, aber es wird nicht herausgegeben. Und diese Philosophie wird mittlerweile auch öffentlich diskutiert, ausführlich dargelegt von diesem Herrn hier. Das ist der anonyme Hochgrad Freimaurer, 33. Grad, der von Jan von Helsing interviewt wurde. Jan hat das Buch veröffentlicht, ein Hochgrad Freimaurer packt aus. Dieses Buch ist hoch verwirrend, weil einerseits ist nichts dumm, was er sagt, ja es gibt doch Gesetz und Resonanz und so weiter. Und wenn es erwischt, jeder schafft doch seine eigene Realität und so. Und wer es erwischt, der hat sie geschafft. Denn hätte es nicht geschafft, hätte sie nicht erwischt. Also sind wir auf jeden Fall ohne Schuld. Wenn wir das verstehen, sagt dieser Mann hier, er sagt, wir können Menschen umbringen, du kannst einen Menschen umbringen und völlig frei von Karma sein, wenn du kein schlechtes Gewissen hast. Sobald du in die Dualität fällst von Gut und Böse und glaubst, du hättest etwas Böses getan, dann bist du drin. Aber die wirklichen Leuchten stehen drüber, sagt er. Und der Jan konfrontiert ihn, natürlich, Jan konfrontiert ihn mit den Georgia Guidestones aus und sagt, da gibt es doch die Georgia Guidestones, das ist doch von euch, oder? Und so, was sagst du darüber? Ist das die neue Weltordnung? Und da sagt der Mann, ja so ungefähr kann man sich das vorstellen. Halbe Milliarde, staatlich kontrollierte Fortpflanzung, nur noch eine Sprache und so weiter, eine künstlich geschaffene Sprache, keine Sprachwurzeln mehr und so weiter. Und er erklärt das. Und ich habe das in meinem Buch, ausführlich, im Buch Einheit im Licht der Ganzen, gehe ich ganz klar auf diese Unterschiede ein. Denn der Mann ist voll überzeugt, dass es wirkliche Wahrheit ist. Er sagt, die Esoteriker sind so sentimental und die Religiösen auch, die glauben einen Gott, der Liebe ist. Aber Realität ist, es gibt nur Gesetze und die Wahrheit ist knallhart. Und die wenigsten Leute sind bereit für die Wahrheit, die knallhart ist, weil dann alle Illusionen weggehen. Liebe ist eine Illusion letztlich. Es gibt nur Energie. Und deswegen ist Liebe nicht das Kriterium, sondern nur Notwendigkeit. Was ist notwendig, damit diese Wahrheit, die wir als exklusiven Club erkannt haben, durchgesetzt wird in der neuen Weltordnung? Was dem dient, das ist richtig und wichtig und notwendig und alles andere nicht. Und es sind Halbwahrheiten, was er hier sagt. Es ist ein hohes Wissen, aber völlig entgleist in eine Einseitigkeit aufgrund eines Fehlers am Anfang der Rechnung. Und er rechnet, im ganzen Interview rechnet er richtig, aber er geht von einer falschen Prämisse aus. Deswegen ist das Buch so verwirrlich, aber auch natürlich informativ. Und ich habe das studiert wie ein philosophischer Anwalt und habe es in diesem Buch hier ausführlich analysiert. Also ich darf natürlich dieses Buch mehr empfehlen als das andere. Aber hier bekommen wir wirklich diese Klarheit und die glauben ja das. Die glauben wirklich, sie tun was Gutes. Wenn man mit dem Mann spricht, er ist sicher ein lieber Familienvater, den niemandem was von sich aus zu Leid tun würde, er meint es nicht böse. Aber wie man, wie jemand, der Tucholsky, so richtig gesagt hat, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern das Gegenteil von gut ist gut gemeint. So gut gemeint ist keine Ausrede, denn jeder meint es gut. Und die Frage ist, was sind die Kriterien? Und hier gibt es Kriterien. Und wenn wir, und ich habe es am Anfang hier erwähnt, wir müssen verstehen, was das Absolute ist, dass es da ein Bewusstsein gibt mit entsprechenden Richtlinien und dass das die Kriterien sind und dass gut und böse nicht gleichwertig sind, sondern gut ist in Resonanz mit dem göttlichen Willen und das Negative ist nur die Verneinung davon. Wenn wir das nicht verstehen, dann kommen wir zu diesen verrückten Weltbildern und politischen Vorstellungen, die heute ja so weit verbreitet sind und mit aller Macht durchgesetzt werden. Man sieht ja die Lüge, eine Lüge produziert neue Lügen. Eine Lüge hat noch nie Wahrheit produziert. Oder wie es Goethe so richtig sagt, also richtig formuliert, ich bin die Kraft, die stets das Böse will und auch das Gute schafft. Das ist keine Wahrheit, das ist die Aussage von Mephisto. Das ist die Selbstrechtfertigung des Mephisto. Das macht aber keine Wahrheit daraus. Goethe zeigt nur, dass er die Mentalität dieser Kräfte kennt. Er war darin verstrickt, das ist wie eine andere Frage, aber deswegen weiß er auch, wovon er spricht. Und wenn wir das durchschauen, dann ist wieder Bann gebrochen. Und ich habe jahrelang über diese Philosophie meditiert. Wo ist der Haken? Mir war von Anfang an klar, intuitiv, da stimmt was nicht. Und ja, hier in diesem Buch habe ich es mir, als ich mich auf diese Philosophie so richtig eingelassen habe, sind diese einfachen Aha-Erlebnisse gekommen und ich habe sie ausformuliert und ich bin hier glücklicherweise nicht alleine. Ich will jetzt nicht zu lange machen, sagst du, dann wäre er erreicht. Ja, im Buch Radikaler Mittelweg formuliere ich das alles aus. Der radikale Mittelweg ist der Weg, der diese Einseitigkeiten überwindet. Die eine Einseitigkeit, Überwindung von Atheismus, da gehört Materialismus bis Monismus dazu. Da muss man kein großer Philosoph sein, aber es ist wichtig, dass man diese grundlegenden Prinzipien kennt, wenn man sich mit Esoterik beschäftigt. und das andere ist Monotheismus. Religion mit Monopolanspruch. Monotheismus, Monopol. Das sehen wir. Es gibt nur einen einzigen Gott und das ist der unsere und der ist richtig. Und der radikale Mittelweg ist der Weg, der zur Überwindung führt. Man könnte auch sagen, der Weg der ganzheitlichen Spiritualität oder der Weg der inneren Religion oder der Weg der Liebe. Aber wenn ich ein solches Buch geschrieben hätte, der Weg der Liebe, hätten alle Leute gesagt, ach, jetzt wird er langsam senil. Weil das Wort, dieses heilige Wort schon so missbraucht und ausgelutscht ist, dass wir nur noch ein müdes, sarkastisches Lächeln für Liebe übrig haben. Das ist schade. Dabei ist der Weg der Liebe, Liebe ist dieses Bewusstsein, wo wir, jetzt philosophisch gesprochen, wo wir uns als Teil des Ganzen erkennen. Und als Teil des Ganzen erkennen wir uns im Bewusstsein, wo wir zwei sind und doch eins. Zwei und doch eins, das ist Liebe. Auch gegenüber Gott. Gott ist mein Du, von dem ich nicht getrennt bin. Und das erlaubt Liebe. in diesem Buch hier, Einheit im Licht der Ganzheit, Orientierung im Labyrinth, Labyrinth von Religion, Erleuchtung und New Age. New Age ist ein Begriff der Freien Maurerei von 1895 aus der Theosophie. Nichts Schlechtes, nichts Schlimmes, wir alle wollen ein neues Zeitalter, die Frage ist, wie ist es definiert. Erleuchtung ist klar, was ich damit meine, all diese verschiedenen Erleuchtungen und Scheinerleuchtungen. Und ein wichtiger Punkt, habe ich ja gesagt, ich bin nicht der Einzige, der diese Dinge beschreibt, Gott sei Dank. Es gibt auch andere, die es durchschauen, ich denke, ich bin der erste Philosoph, der sich dessen annimmt und es wirklich seziert und den Bogen schliesst. Dadurch ist auch der Bann gebrochen. Im morphogenetischen Feld, im kollektiven Wissen, wenn auch nur einer diesen Durchbruch hat, dann wird es allen anderen leichter fallen. Diese Philosophie, die ich vorhin beschrieben habe, diese Halbwahrheit, beschreibt noch jemand anderes, nämlich Dan Brown in seinem Buch, das verlorene Symbol. Viele, die sich mit Verschwörung beschäftigt haben, haben dieses Buch gelesen und waren völlig frustriert und haben gesagt, der Typ ist wahrscheinlich selber einer, der macht hier nur Werbung, weil die Freimaurer so gut wegkommen. Das ist die oberflächliche Ebene, wie man es liest. Dan Brown ist sehr schlau, das dürfen wir annehmen, der Mann ist intelligent. Ich glaube, das überrascht niemanden. Und Dan Brown hat im Vorfeld, zwei Jahre, bevor er das Buch veröffentlicht hat, hat er für die für diejenigen, die es wirklich interessiert, eine Vorinformation gegeben, Vorinformation herausgegeben, dass diejenigen, die die Hausaufgaben machen, wissen, worauf er hinaus will. Er hat ihn in der Vorinformation herausgegeben, hat gesagt, es wird um Freimaurer gehen, um Washington, um Symbolik und ich werde auch die Georgia Guidestones erwähnen. Dort habe ich 2007 etwa zum ersten Mal von Georgia Guidestones gehört, dank Dan Brown. habe ich gedacht, habe ich noch nie gehört, Kryptogramm, das kenne ich und so, aber das nicht, dann bin ich ins Internet gegangen, mal Georgia Guidestones eingegeben, dann kam die ganze Geschichte. Und ich war doppelt schockiert, erstens, was da steht, und zweitens auch, dass ich davon noch nie gehört habe. Und ich habe den Machtwechsel geschrieben. Ich habe also wirklich dunkelste Akten gewälzt, aber das war da nie drin. Das ist so sauber, säuberlich aus dem Massenbusseine herausgehalten worden. Und Dan Brown hat das einfach herausgegeben. Und über ihn haben Millionen von Menschen zum ersten Mal von Georgia Guidestones gehört, unter anderem ich. Und wenn man jetzt dieses Buch liest, das verlorene Symbol, dann kann man davon ausgehen, dass Dan Brown diese Dinge weiss. aber er thematisiert sie nicht im Buch so sehr, denn er will kein Verschwörungsbuch schreiben. So, was er, das Buch ist, das ist zum Beispiel eben, also das ist aus dem Buch Einheit im Licht der Ganzheit, Kapitel 10. Das verlorene Symbol Dan Browns Botschaft an die Freimaurer. Er schreibt in diesem Buch über die Freimaurer und die Stars, die sind natürlich 33 Grad Freimaurer, die die wahre Ethik und das Urwissen der Freimaurer verkörpern. Denn in der Essenz, im Mittelweg, in ihrer Mitte, sind all diese Gruppierungen natürlich aus dem Licht. Kirche, Urchristentum, Freimaurer, Rosenkreuzer, Islam, überall, wenn man schaut, ist der Kern gut, der Kern göttlich und die Frage ist nur, ob die Menschen da in der Mitte im Gleichgewicht bleiben können oder kippen. Kali-Yuga, Zeitalter der Spaltung, bedeutet, das meiste ist gekippt. Also müsste man erkennen, wo sind sie gekippt und wo sind ihre Wahrheiten. Und Dan Brown hat hier Freimaurer Gestalten geschaffen, die genau diese Essenz verkörpern. Das sind die Guten. Und da gibt es daneben einen, von allem Anfang an, ich will die Geschichte nicht verraten, in der Puente, aber von allem Anfang an ist ein anderer Freimaurer da, der sich durch Lüge und Scheinheiligkeit hoch manövriert bis zum 33. Grad, weil er will das Geheimnis der Freimaurer bekommen, um für sich die Macht zu bekommen. Und Dan Brown sagt immer, das ist ein Einzelfall, man spürt ja, die Freimaurer sind nicht so, aber da ist jetzt halt einer, der so ist, aber das ist der Einzeltäter. Aber Dan Brown ist so schlau, dass er dieser sogenannte Einzeltäter, der vertritt genau, das ist das Interessante, der vertritt genau die Philosophie dieses Herrn. Die 33. Grad Philosophie der entgleisten Freimaurerei. Aber er macht es diplomatisch und sagt, ja, das sind nur Einzeltäter, aber jeder Freimaurer, der das kennt und das Buch liest, erkennt sofort, was dieser Einzeltäter, dieser Malach, so nennt er sich, tut, das ist ja unsere geheime Philosophie. Und Dan Brown stellt ihn, natürlich hast du den Irregeführten dar, eine tragische Person, dieser Mensch, bösartig, aber letztlich eine tragisch Irregeführte Person und Dan Brown geht so weit, dass er in seiner Botschaft an die Scheinerleuchteten, sogar so weit geht, der Malach ist die Verkörperung der Scheinerleuchtung, der meint, ich bin göttlich, nach meinem Tod werde ich die Apotheose, die Gottwerdung des Menschen erleben, weil letztlich sind wir alle Gott und deswegen, wenn wir da alle Rituale genau machen, werden wir das. Und er hat gemeint, er habe es richtig getan, und er stirbt. Und Dan Brown geht so weit, dass er den Tod dieses Mannes beschreibt, was dieser Mann im Tod erlebt. Das ist also keine Nahtoderfahrung, sondern eine Todeserfahrung. und Dan Brown beschreibt, was passiert. Der Mann sagt, ich verlasse meinen Körper, ich schwebe über meinen blutig hingerichteten Körper da unten und ich werde jetzt Gott, jetzt erlange ich die Krönung meines Daseins, aber nein, er sagt dann wörtlich, es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann wörtlich, also das war schon wörtlich, und jetzt weiter, ich stürze in ein Labyrinth, dunkler als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Hier, mitten im öden Nichts, vernehme ich ein Flüstern, spüre, wie sich eine Macht versammelt. Stärker wird, immer schneller, und mich umgibt, unheil verkündet, und unheil verkündend, und finster, dunkel, und alles beherrschend. Und ich schreie, schreie, in unendlichem Entsetzen, als die Dunkelheit mich verschlingt. Ich schreie, in unendlichem Entsetzen. Da sagt der Herr Braun, das ist die Frucht eurer Philosophie. Und der Mensch als multidimensionales Wesen wird sich in der heutigen Zeit an diese Wahrheiten erinnern, nämlich, dass wir als Menschen multidimensional sind, und als Geistwesen, als die ewigen Individuen, die wir sind, oder als die Individuen, die wir sind, sind wir ewig. In unserem Kern, als Seelen sind wir ewig, und als Menschen sind wir multidimensional. Und neues Bewusstsein, neues Zeitalter bedeutet, dass die Menschen sich wieder an das erinnern, und dementsprechend Politik, dementsprechend Wirtschaft, dementsprechend Schulsystem und so weiter aufbauen werden. Und ja, wir sind die Pioniere hier, die mutig für diese Themen offen sind, diese Schritte gehen, in unserem eigenen Interesse, aber auch als Liebe für alle anderen Menschen, denen es leichter fallen wird, diese Schritte zu machen, wenn andere sie schon getan haben, weil wir das kollektive Wusstsein und eben auch das morphogenetische Feld dadurch prägen. so würde ich sagen, statt dass wir jetzt klatschen und in die Abendpause gehen, würde ich einfach sagen, dass wir gemeinsam nichts tun und schweigen, die Stille, das Kraftfeld, die Gegenwart all dieser anderen Lichtwesen, die hier sind, hierher gekommen sind, einfach genießen. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020